Willkommen zum Let's Play von Pacific Rim mit meiner Frau Franziska. Hallo. Ja, wir legen gleich los. Erstmal die Charaktere programmieren. Wir spielen hier Rampage, ein vorgefertigtes Szenario. Ja, sorry, dass ihr hier nicht Saber Athena vollwertig ins Bild bekommt. Das ist ziemlich schwierig alles zu erfassen, aber Gypsy Avenger immerhin. Ja, dann prokrieren wir das Ganze mal. So, also Saber macht das hier. Also Ziel des Spiels ist, Siegpunkte zu sammeln. Sie bekommt Siegpunkte für Hochhäuser, die sie zerstört. Oder wenn sie gegnerische Jäger zerstört. Und ich muss natürlich versuchen, das Ganze zu verteidigen und bekomme auch im Spielende Punkte dafür. Ja, was ich noch machen muss, Sieg geheime Missionen auszuteilen. Also jeder bekommt eine geheime Mission, die am Spielende auch noch Siegpunkte bringt. Also du siehst das im roten Bereich. Okay. Das ist wirklich ganz einfach gehalten. Also hier habe ich Driftkompatibilität zwischen Jack Pentecost und Nathan Lampert. Also habe ich plus zwei auf meinem Skill Level. Hier bei Amananamani habe ich eine Driftkompatibilität, also plus eins. So, du darfst entscheiden, wer erster Würfel... Dann möchte ich, dass du zuerst würfelst. Okay. Eine Aktivierung. Okay, dann... Also wir müssen sowieso vorher aufdecken. Ah ja. Damit du auch sehen kannst. So. Also... Das macht man normalerweise, bevor du entscheidest, aber ist egal. Gainful Charge or Run? Das werde ich gleich machen mit Gypsy Avenger und mache einen Run, anstatt ich mich voll auflade. Jetzt ist nur die Frage, wie ein bisschen... Jetzt habe ich zwei Bewegungen, ja. Und der hat Speed von 3, 1, 2, 3 und jetzt berühre ich hier dieses Hindernis, sozusagen. Ich kann da reingehen, aber nicht reinlaufen. Das heißt, ich muss hier stehen bleiben. Und das war ja erst die Standardbewegung. Ja. Darf ich noch eine Bewegung machen und da laufe ich dann einfach mal... Boah, das geht sich knapp aus, glaube ich. Ja, das geht sich knapp aus. Also ich könnte mich auch drehen am Ende der Bewegung. Das macht aber keinen Sinn. Nein. 1, 2, 3. Da blockiere ich gleich den Weg. Und drehe mich nicht. So, dann darfst du würfeln. Nix. Dann bin ich wieder dran. Nix. Zwei. Au. Du musst zwei aktivieren. Okay. Das ist schlimm, ne. Theoretisch könntest du jetzt, wenn du zwei auf einmal hast, dass es sie geht, natürlich... Ich fahre im Spiel gerne auf die Gebäude los. Aber diese Situation ist verführerisch. Man könnte jetzt zu zweit auf Gypsy Avenger schlagen. Das ist natürlich schon heftig. Ja, jetzt schauen wir mal. Auch thematisch gesehen. Schauen wir mal. Ein Jäger gegen zwei Kaijus ist sowieso fast unmöglich. Ich habe mich da voll in die Bredouille gebracht. Man kann das Spiel ja... Wird nicht lange dauern, wenn es so... Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier hinter dich komme. Aber hast du Angriffe gespielt? Ja. Rage. Oh, Ran. Ran, ja, du könntest in mich reinlaufen. Aber der hat Ran. Der hat Ran. Und... Du darfst dich ja vorher drehen. Der hat Power. Ja, ich weiß. Aber ich werde jetzt zuerst mal mit ihm... Also mit dem... Also mit dem... Mit dem... Äh... Wie heißt der? Schräg? Schräg? Ja, egal. Schrägsohn. Schrägsohn. Genau. Schau mal. Möchtest du dich drehen? Nein. Ich möchte... Ja. Ich möchte zu ihm kommen. Also schauen wir mal, wie das klappt. Also ich möchte mich einmal drehen. Ja. Warte mal. Drehen. Ja, das wird nicht funktionieren. So, warte mal. Ach so, warte. Und du kreust so, gell? Ja. Na, du bist auf der anderen Seite. Dann geht es sich so. Hier ist sein Name, schau. Okay. Na, so geht es sich knapp nicht aus, glaube ich. Warum nicht? Das geht sich bestimmt... Ach so, das geht... Na, aber ich gehe... Ich kann ja nochmal runnen, weißt du? Ich muss ja sowieso... Das geht es ja eher aus. Sicher, du kannst dich dann nochmal drehen. Nein. Also so könntest du gehen und dann läufst du in ihn rein. Ja, aber das ist jetzt meine normale Bewegung. Ich müsste jetzt meine normale Bewegung machen. Warte mal. Jetzt drehen wir ihn nochmal. Das ist... An und Pfirsich gehört schon zu seiner Rückseite, oder? Ja, hier ist die Drehnung. Ja, dann gehe ich jetzt mal... 1, 2, 3. Und... Kannst du dich drehen um 1? Dann drehe ich mich mal hier rüber. Genau. Und dann mache ich run. Ja, du runnst sowieso. Die ganze Aktion ist run. Ach so. Ja. Immer doch die erste Bewegung, dann ist run. Nein, alles. Die ganze Aktion heißt run. Ach so, okay. Wie macht es jetzt auch jetzt? Ja, ist egal. Hauptsache, du gehst die Schritte eigentlich so. Ich denke, das geht sich nicht aus, oder? Das geht sich bestimmt aus, oder? Nee, du berührst mich nicht. Ja, aber es muss ein Hexfeld Unterschied sein. Ich muss dich ja nicht berühren. Aber ich bin ja innerhalb von einem Hexfeld zu dir. Ach so, ja, stimmt. Eins. Das geht's. Aber so. Ja, es passt auch. So. Und so. Aber wenn ich in dich... Also, ist das jetzt ein Angriff, oder muss ich in dich reinlaufen? Du musst nämlich reinlaufen. Ja, mit der nächsten Bewegung würde ich eh dich reinlaufen. Ja, eben. Dann passt es, ja. Okay. Aber ich... Bist du jetzt auch hinter mir? Nein. Aber du musst dich ja drehen. Du darfst dich ja... Ja, ich habe mich schon gedreht. Ach so. Ja, dann... Das ist blöd. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ja, du bist... Du bist ganz klar hinter mir. Da. Du bist ganz klar hinter mir. Ja, ich bin hinter dir. Ja. Aber bist du auch hinter mir? Nein. Nein, aber wo ist... Da vorne ist der Name. Ach so, okay. Also, meine Frau ist auch noch nicht so tabletop erfahren. Ja, da passt's. Ja. Jetzt bist du in mich reingelaufen. Jetzt kannst du attackieren. Ja. Und... Äh... Der? Also, mit sieben Würfeln. Schauen wir mal an. Drei, vier, fünf Sekunden. Also, jetzt hoffentlich gleich ein guter Griff. Und gar nicht zu übel. Eins. Zwei. Drei. Drei, vier. Zwei Fragezeichen. Zwei kann ich noch würfen. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und... Also, engaged ist... Wenn man nahe kommt, kannst du sowieso nur machen, wenn du direkt benachbert zu mir dran stehst. Also, du musst mich schon berühren. Also, ich habe hier die Fähigkeit, dass du... Dass ich, wenn ich ein Rufzeichen... Ein Trigger, ja? Ja, genau. Dann kriege ich plus eins. Also... Du musst aber was ausgeben dafür, oder? Na. Okay. Dann hast du plus einen Erfolg. Ja, also sechs Schaden mache ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs Erfolge, nicht Schaden. Das sind sechs Erfolge. So, jetzt bist du hinter mir. Das ist das Hauptproblem. Jetzt darf ich keinen Skillwert dazu würfeln. Äh... Habe nur zwei Verteidigungswürfel. Vielleicht habe ich mega viel Glück mit explodierenden Würfeln. Ja, eine. Zwei. Das heißt, sechs gegen eins ist fünf. Hast du hier eine Fähigkeit für die Rufzeichen? Okay. One or more triggers while defending you can take no more than one damage from this attack. Ja, also ich habe einen Trigger gewürfelt. Stimmt. Aber ich kann jetzt nie mehr als einen Schaden von dieser Attacke bekommen. Das heißt, du hast jetzt eine Fünf. Da muss ich selber immer noch nachsehen. Und dann haben wir hier ja den Schadensmodifikator. Vier bis sechs würde ich zwei Schaden bekommen. Aber weil ich den Trigger gehabt habe... Kriegst du nur einen Schaden. Einen Schaden, ja. Ja, aber du darfst dir aussuchen, ob du die Karte nimmst, weil du vier bis sechs Schaden gemacht hast, oder eine zufällige aus meiner Hand. Wenn du die Karte nimmst, kann ich den zwischen... Ja, aber der ist ja schon aktiviert. Der war schon aktiviert, ja. Na. Das ist eine zufällige von meiner Hand. Ja. Das heißt, ich bekomme jetzt Schaden. Die taktische Aktion ist weg. Und was habe ich als Strafe? Damage Rotator. Also würde ich jetzt ein Objekt mit mir tragen, müsste ich es fallen lassen. So, das war ein Schaden auf Gypsy Avenger. Super. Jetzt kommst du wahrscheinlich gleich hinter mir. Und zwar... Achso, nein, jetzt kommt erst einmal der andere. Ja. Das nervigt, dass es für die Schadenstabelle da keine Übersicht gibt. Das muss ich immer offen liegen lassen. So, dann... Du musst den zweiten noch aktivieren. Mhm. Ja. Das ist jetzt die Frage, weil wenn ich... Was hast du da gemacht? ... ein Gebäude zum Beispiel zerstöre, dann bekomme ich... Siege Strike hast du gemacht. ... ein Pool Rage. Und das wird sich jetzt schon auszahlen. Before Attacking... Ah, also eine melee attack. Das heißt, du kannst mich jetzt sogar nochmal angreifen, wenn du mich... Wenn du rankommst an mich. Jetzt muss ich mal schauen. Weil mit die vier... Also... Ich möchte ja halt probieren... Oder das geht sich auch bestimmt aus, hinter dich zu kommen. Na, oder... Ja, das würde sich sogar ausgehen. Aber wo ist jetzt vorne bei dir? Da ist vorne bei dir. Da wo ich hinschießt. Schau, da ist dein Name. Ja, aber wenn ich hier jetzt gehe... Mhm. Ich glaube... Da würde ich dir... Also vor Anstoßen bei dir oder nicht in den Hexfeld legen. Aber das muss ich jetzt testen. Ja, du musst verstehen bleiben. Ja, aber ich müsste ja hinter dich kommen. Ja, das ist schwierig. Du musst ja nicht hinter mich kommen. Du kannst mir auch so angreifen. Ja. Dann drehe ich mich einmal. Dann laufe ich an dir vorbei. Nein, du laufst direkt rein. Du brauchst in dem Fall einfach das Model dran stellen. Ach so. Okay. Ja. So, und dann geht es in die 12. Okay. Okay. Also ich habe hier die Attacke, wenn ich einen Rage verwende, kann ich für diese Attacke... Ah, na, das geht... Ah, okay. Einen Würfel. Eine Power mehr. Also einen Würfel mehr, oder? Genau. Für die Attacke. Ja. Okay. Dann haben wir mal hier die Siebenwürfel. Und ich habe... Das ist von vorne. Fünf... ...drei Siebenverteidigungswürfel. Oh. Schaut ja mal gut aus. Okay, du hast sechs Schaden und da hast zwei Dazuwürfel. Na, schau mal, wie viele Dazuwürfel. Ach so drei, nein, das ist sieben und so schön. Vier. Boah. Also sechs Schaden und du darfst vier Würfel nochmal würfeln. Jetzt hast du nochmal zwei und du darfst noch einen würfeln. Oh Gott. Das macht nichts. Okay, dann hast du zwei, vier, sechs, acht. Dann darf ich mit sieben verteidigen. Ich habe ja Skill drei, zwei Verteidigung und zweimal plus Skill durch die Triffskompatibilität, was sieben ausdruckt, gell? Mhm. Sieben Treffer. Sieben Treffer. Okay, zwei, vier, sechs, sieben. Das sieht nicht gut aus. Ich habe nicht mal... Vier, aber du darfst nur einen würfeln. Ja. Vielleicht kriegst du dann eins. Vielleicht bekomme ich wenigstens ein Rufzeichen. Dann bekomme ich nur einen Schaden. Das ist nicht so geil. Und der nächste, was passiert? Shed Red Blade. Oh, ey, jetzt hast du mein Kettenschwert kaputt gemacht. Before attacking, you may spend one Chana. No additional effects. So, ein Schadenloch und Gypsy Danger is cool. Dann aktiviere ich ihn. Mhm. Das sieht ja nicht mehr so toll aus. Kannst du da drüber gehen, über das da? Das ist ein Hochhaus, das habe ich vorher weggestellt. Ah, ja. Sexübersicht. Ah, ja. Genau. So, dann habe ich hier eins, zwei, drei, vier. Und ich sehe dich und das sogar von hinten. Da geht es ja voll ab auf der Map. Die Reichweite geht sich auch aus. Hier ist der Reichweitenmesser. Oh, egal. Ja. Das heißt, es ist eine Range Detect. Ah, okay. Wenn es außerhalb der Reichweite wäre, hätte ich eine Malus von zwei Würfel. Aber in diesem Fall kostet mich das ein Ammo. Ein Ammo, das ist hier, startet bei zwei, ein Ammo. Genau. Das heißt, ich habe jetzt vier, eine drei plus vier plus eins. Es sind acht Würfel im Angriff und du darfst deinen Skill nicht nutzen beim Verteidigen. Also keiner passt auf seinen Rücken, auf er nicht. Er hat dich angelockt. Den blauen Wert darfst du nicht verwenden, weil ich schlag dich von hinten. Ja, aber ich darf nur die Würfel nicht verwenden. Diesen Skill darf ich schon verwenden. Aber du hast nur deinen gelben Wert zur Verfügung. Du darfst noch einen Würfel würfeln. Ja. Ja, ich kann auch nur einen, ich kann auch nur drei Würfel würfeln. Ja, das sind vier. Dann habe ich eines gewürfelt. Ich gebe einmal einen Charge aus. Dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf Erfolge mit dem Charge. Und du darfst dich verteidigen. Okay. Mit drei Würfel. Das ist aber unmöglich. Ja. 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 Okay. Noch einen. Der macht einix. Ups. Noch einen Würfel. Der würfelt noch einen. Okay, das heißt, du hast zwei gegen sechs sind vier Schaden. Dann würdest du auf die Tabelle gucken. Du musst dich mal auswendig merken. Ich glaube, das sind schon zwei Schaden. Na, muss man sich herauskopieren, weil sonst muss man immer nachsehen. Doch, vier bis sechs sind zwei Schaden. Oder die Karte, die du ausgespielt hast, aber ich wähle zwei Schaden. Mhm. Zwei Karten, der ist jetzt aus Ziton. Ja. Also, du verlierst Furious Slam und Death Scrib. Bei Death Scrib hast du keine zusätzlichen Effekte und bei Thorn-Maskels verlierst du ein Rage. Das heißt, Shriek Thorn. Na, er hat auch. Ah, ja ist das, genau. Auch nur mehr ein Leben und dann ist er tot. Mhm. Okay. Ja, dann ist Runde eins vorbei. Wir sind in Runde zwei, nehmen die Karten wieder auf die Hand. Außer die Damage Karten natürlich. Muss ich aufpassen, was ich dir nicht... ...und dürfen neu planen. Und dürfen neu planen. Die Läge dann wieder hin, müssen wir da hinein schieben. Ja. Boah, ist das schwierig. Was heißt... Was heißt Accurate? Kost 1 Kaiju Blue Range, der Tag. Also, du musst einmal Kaiju Blue zahlen dafür. Und wenn du Accurate bist, dann darfst du dir als Schaden aussuchen, welche... Ja, was heißt Accurate? Ja, dann darfst du dir aussuchen, ob du die Karte hier, die ich ausgespielt habe, abwerfen willst, als Schaden oder eine aus dem Deck. Das ist Accurate. Das heißt, du darfst sogar mit einem Schaden wählen, ob du die Karte, die ich gespielt habe, wegwerfen willst... ...oder ob du nur eine zufällige Karte aus meinem Deck nimmst. Ja, also normal ist es ja nicht erlaubt, mit einem Schaden die Karte hier zu wählen, die ich ausgespielt habe. Mhm. Aber mit Accurate darfst du das machen. Ja. Ich probiere jetzt mal was. So, einfach mal das. Es ist blöd, dass der da steht. Ich bin nur voll in der Klemme her. Ich kann nicht vor, nicht zurück. Okay, ich habe schon ausgespielt. Ich kann nicht vor und nicht zurück. Das war es wohl bei ihm. Ja, wer weiß, wer es da dran ist. Ich könnte ja die Driftkompatibilität machen. Und warum kannst du nicht vor? Geht das nicht, oder wie? Ja, doch. Warte mal. Machen wir das hier. Ach so, na. Stimmt. Du bist ja in die Richtung. Und er macht... So, aufdecken. Mhm. Du kannst entscheiden, wer das erste würfelt. Er darf. Ich habe ihm Run gegeben und hier habe ich Plasma-Schwerter. Da kann ich nochmal angreifen in dieser Runde, wenn ich mindestens zwei Trigger würfel in einem Milikampf. Also, ich kann ja theoretisch, wenn ich meine Bewegung mache, mich als erstes drehen, oder? Mhm. Und kann ich dann mich nur drehen, ohne eine weitere Bewegung zu machen? Ja. Okay. Du musst hier als erstes würfeln. Du darfst einen aktivieren. Ja. Dann aktiviere ich ihn. Bevor er tot ist. Dann drehst du dich, oder? Ja. Genau. Warte. Nein, die brauchst du nicht beim Drehen. Du stehst ja an mir dran. Base on Base. Meine Base ist die Richtlinie. Schau, wir stehen gerade dran immer. Ja, wie kann ich mich... Achso. Jetzt kann ich mich einfach so drehen, oder? Genau. Und dann mache ich... Ähm... Mein Tail Swipe. Ja, jetzt schlägst du mit dem Schwanz zu nach hinten, toll. Ja, jetzt schlägst du mit dem Schwanz zu nach hinten. Also... Habe ich jetzt, ähm, welche Attacke... Also ich habe jetzt ganz meine ganz normale Attacke, obwohl ich hinter dir stehe. Okay. Dann mache ich mit sieben Würfen. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ähm... Das ist ein... Das ist ein... Und ein... Und ein... Kein... Okay, ich mache vier Schaden. Vor allem die müssen sich gerade dran stellen, so. Vier Schaden. Mhm. Ja, du schlägst mich wieder von hinten. Das heißt, ich habe nur zwei Verteidigungen. Boah, ist das übel. Nix. Dann bekomme ich einen Schaden und der ist down. Ja. Der ist gekillt. Okay, und, äh... Ich kann auch den Melee-Attack, den Pirate, also ich kann mich nur mal drehen. Ja. Also, dann... So gehen. Dann drehen mich. So. Hm. Und jetzt misst du wirfeln, oder? Ja. Ich will nicht... Nein. Ah. Ah, das ist jetzt blöd. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Und dann drehe ich mich einmal so rüber. Und das wäre eine Melee-Attack, aber die macht jetzt nichts. So, dann... Nächste Runde. Er ist down. Moment mal. Er ist down. Achso, du hast noch einen. Ja, dann musst du den noch aktivieren. Gainful, rage, or run. Mhm. Boah, run hast du auch noch. Aber ich glaube, ich fühle da meine... ...meine Rage auf. Ich fühle da jetzt mal meine Rage auf. Dann machen wir einen Run. Nein, ich fühle jetzt mal meine Rage auf. Rage? Okay, dann fühlst du die Rage auf. Dann bist du auf full Rage. Ja, dann ist die Runde vorbei. Wir sind in Runde drei. Und Karten kommen zurück auf die Hand. Und dann beginnt die nächste Runde. Okay, dann geht's zur vierten Runde. Ja, jetzt hat Saber, Adina nicht mehr leicht. Also, Gypsy Danger ist Geschichte. Hat nicht viel gezeigt. Ich hätte auch vielleicht einmal den Dip Drift wagen können. Aber das war taktisch sowieso der Wahnsinn. Aber die Partie sieht ja noch nicht aus. So. Was mache ich jetzt? Saber, Adina hatte eh noch keinen Schaden. Hm. Dann. One Rage. Oh, one Charge. Ich habe null Charge, das ist auch nicht cool. Ich kann mich auch nicht mehr vollladen. Ach, das sind ja die Gypsy Danger Karten. Ich muss ja die Saber, Adina Karten. Ich denke mir schon, das passt nicht. Saber, Adina brauchen wir da. So, also, wir haben... Ich mache einen... Oh, ich brauche unbedingt Charge. Hm. Ja, da ist die letzte Runde, das muss ich versuchen, was zu zöten. Kann sein, dass es die letzte ist. Ich habe es. Hm. Also, normalerweise läuft die Badina ein bisschen taktischer ab, aber ich habe es jetzt mal mit der Brechstange versucht. Das war bei Gypsy Danger nicht so toll, aber passiert ja im Film auch mal, dass er, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich war es im zweiten Teil, aber im ersten, dass sie so rüde anstürmen und sich dann natürlich verletzen. Okay. Beide fertig? Ja. Dann wird aufgedeckt. Ich mache Power Surge, das heißt, ich kann mich vollchargen oder rennen. Und du hast einen Siege Strike und einen Natural... Tactical Action Reflexes. Ja. Das heißt, ich habe weniger Miniaturen, werde würfeln und darf mich sogar aktivieren. So, der mit zwei Schaden ist er hier. Hm, nein. Ja, ja. Nein. Er hat zwei Schaden. Achso, ja, stimmt. Er ist es, genau. Oh. Hm. Boah, das ist schwierig. Das ist total schwierig. Ja, aber vielleicht geht es sich aus. Nein, es geht sich nicht aus. Ich müsste mich vorher drehen. Und sonst laufe ich voll in dem hier rein, der hat noch keinen Schaden. Aber das könnte sich auch ausgehen, weil ich bin dann hinter ihm. Uh. Nein, bin ich nicht. Ah. Ja, da ist seine Vorderseite. Ah, ja, dass ich mich drehen kann und dann... Das ist... Ich würde einfach mal... Full... Ich... Ich... Ich bekomme jetzt die Gratisbewegung. Die mache ich nicht. Dafür drehe ich mich. Und zwar drehe ich mich... Einmal... So. Ja, das wäre... Da müssen wir eine ganze machen. Und dann mache ich Full Charge. Und ich denke nicht, dass die Partie jetzt aussehen wird. Und gib mir vollen Charge. Dann bist du dran. Mhm. Du brauchst nicht würfeln. Achso. Ich brauche keine Modelle mehr sonst. Okay, ja, stimmt. Dann muss ich zweimal... Jetzt darfst du mit dem sogar noch schlagen. Ja. Ja, ich habe mich mit dem Tactical Action... Also, ich habe... Was Schönes vorgehabt. Und zwar... Also, ich drehe mich zuerst. Mhm. Ein Vierteldrehung. Ja. Ich hoffe, das geht sich dann aus. Ja, das geht sich schon aus. Ja, ich will das nehmen. Achso, warte mal. Mal schauen, ob sich das mit dem Gebäude ausgeht. Eins. Zwei. Ja, das ist jetzt eins. Das war eins. Ja, aber es geht sich nicht aus, weil du streifst das Gebäude. Okay. Du müsstest hier stehen bleiben. Dann kann ich es nicht nehmen, oder? Doch. Es geht, weil du stehst auch angrenzend zu dem anderen ganz nah. Also, du stehst dem anderen Hex auch drin, könntest du es aufheben. Wenn du willst. Mhm. Oder das Gebäude noch angreifen. Gute Frage. Also, der... Also, man stellt sich da eben ein Hex vor, in dem dieses Marker liegt, ne? Und sie berührt auch dieses Hex und könnte das natürlich aufheben. Ja, dann greift das Gebäude... Also, angrenzend, angrenzend dazu ist es dir erlaubt, das aufzuheben, aber du berührst das ja sogar. Ja, okay. Aber ich kann... Ich kann mich jetzt... Kann ich mich jetzt nochmal drehen? Ja, nein, du darfst dich nur einmal drehen. Okay. Entweder vorher oder nachher. Okay. Dann greife ich jetzt das Gebäude an. Okay. Ich probiere es einfach. Vielleicht kann er noch... Das hat fünf Verteidigungen, das Gebäude. Und ich habe sieben Würfel. Schauen wir mal. Okay. Dann mit drei Schaden. Vier Schaden. Wahrscheinlich geht es jetzt nicht aus, aber schauen wir mal. Ach. Vier Schaden. Geht sich nicht aus. Gibt es noch was? Nein. Ach so. Ah, da wird die Reihenfolge bestimmt, gell? Mhm. Das könnt ihr in der nächsten Runde machen. Ja. Damit ich vielleicht mit einem noch was machen kann. Nein, du kannst mit dem Marker einfach nur den Würfel neu werfen. Als Leader, das bringt aber jetzt nicht mehr viel. Ach so, aber du würfelst sowieso zuerst, oder? Genau. Ich kann entscheiden, wer zuerst würfelt. Ja, und deinen Würfel kann ich damit nicht neu würfeln? Nein, nur den eigenen. Okay. Also wenn ich fertig bin, dann musst du trotzdem würfeln, wenn ich nicht aktiviert habe, dann hast du vielleicht einen, dann darfst du nur ein Modell aktivieren. Mhm. Du kannst nur sagen, okay, oder auch nichts. Und dann kannst du sagen, okay, du nimmst den her und dann würfelst du nochmal. Dann kannst du zwei auf einmal aktivieren vielleicht, wenn du Glück hast. Okay. Ja. Dann ist mein zweiter noch dran. Also hast du keinen Schaden auf das Gebäude gemacht, das ist schlimm. Also hätte ich auch fünf, dann hätte ich es geschafft, oder? Nein, ich muss sechs. Nein, du musst drüber, du musst einen Schaden haben, mindestens. Ja, das Gebäude hat nur ein Leben. Okay. Dann hätte ich noch einen, ja, das ist wirklich schwierig. Ja. Und jetzt darfst du den zweiten noch aktivieren. Jetzt darf ich den zweiten noch aktivieren. Mhm. Okay. Dann werde ich mit ihm dich angreifen, das heißt, ich werde ihn erst einmal auch wieder drehen. Ja. Eine Viertel drehen, oder eine ganze, muss ich mal schauen. Eine Viertel drehen, und dann eins, und wie bleibe ich jetzt stehen, so, oder wie? Ja, einfach dran stehen bleiben, da wo du das erste berührst. Also eins? Ja. Und dann werde ich schon... Ja, genau, dann passt das so. Soll ich hier so? Das ist nicht so genau, ja. Okay. Na, super. Du kannst mich ja locker noch angreifen. Ja. Genau. Weil wir sehen hier, ich zeige euch das nochmal, ja, also hier ist die Vorderseite natürlich, die Hälfte von der Base ist die Vorderseite des Modells, und natürlich bin ich da in seinem Angriffsradius drin, also darf ich mich schlagen. So, dann habe ich sechs Würfel, nur sechs, okay. Und ich habe sechs Verteidigungswürfel. Nein, ich habe sieben. Na ja, schon mal. Ach so, warte mal, ich habe sechs plus eins Power, wenn ich auch Rage ausgebe. Ja. Ich gebe natürlich aus. Juhu, da ist ja... Oh, drei Explodierende. Nein, nur zwei Explodierende. Oder? Ah, zwei, ja. Das sieht man ein bisschen schlecht. Ja. So, mit den Rufzeichen kann ich nichts abhangen. Nein, dann würfel ich es. So, trotzdem nur auf die Seite da. Du darfst zwei nochmal würfeln. Zwei nochmal. Okay. Vier Schaden. Vier Schaden. Dann habe ich sieben in der Verteidigung. Wirklich? Ja. Drei blaue, drei gelbe und plus eins für die Driftkompatibilität. Okay. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr weiter würfeln. Ich habe verteidigt. Mhm. Hey, cooler Fight. Dann sind wir fertig mit der Runde. Die Karten kommen auf die Hand. Jetzt sind wir am Ende von Runde vier. Wir müssen das Spielende auswürfeln. Ja, wenn wir jetzt vier Erfolge würfeln, gemeinsam ist das Spiel zuhause. Ansonsten geht es weiter. Okay. Okay. Oh, ich habe einen Explodierenden. Ist nichts. Also ein Erfolg. Nix. Okay. Das Spiel geht weiter. Nächstes Mal haben wir zwei Wölfe. Mhm. So, jetzt habe ich Full Charge. Jetzt habe ich Full Charge. Achso. Wow. Er hat echt starke, coole Fähigkeiten. Und jetzt habe ich den auch ein bisschen verteidigt in. Ja, ja, ja. Der kann jetzt in Ruhe das Gebäude da. Au. Oh. 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 Ich habe was Schönes. Ich habe was Schönes. Oh. Oh. Geek Drift wäre auch geil. Dann würde ich die Fähigkeiten meiner Charaktere triggern. Das ist bei Gypsy Avenger wäre das auch mal cool gewesen. Das ist schon ein schönes Spiel. Okay. Dann machen wir mal das. Was machen wir da? Also meine Frau überlegt, das heißt schon was? Sie ist motiviert, dieses Hochhaus zu zerstören. Ja. Ja. Und jetzt sage ich mich mal nicht. Kannst du mit einer Range Attack über mich drüber? Nein, ich probiere keine Sichtlinge. Das sieht sich nicht aus. Geht. Okay, ich probiere jetzt das mal einfach aus. Ich habe Twin Plasma Swords, das heißt, wenn ich zwei oder mehr Triggers jetzt in diesen Wurf würfle, nach dieser Attacke, dann darf ich einen Charge ausgeben, um noch eine Attacke durchzuführen. Ich habe Defense Reflexes, Tactical Action, ich habe jetzt bloß 1 Armour, diese Runde. Das ist heftig. Und da habe ich nur eine Tactical Action. Okay, also kriegst du einen Würfel mehr zum Würfeln. Verdammt, ich würde den so gerne killen, aber du stehst mir da im Weg. Das Weg laufen zieht sich. Okay, dann mache ich einen Angriff, und zwar 3 plus 4 plus 1 sind 8 Würfel. 8 Würfel? Ja. Okay. 2, 4, 6, 7. Wie viele bei einem? 3. Bei einem habe ich aber auch super, also auf 4 bei einem dann 9 Würfel. Verteidigung raus. 3, was, was hast du? Der 3 blaue und? 5. Boah. Ja, und da habe ich bloß 1. Ja, also du hast 9 Würfel. Also 9 zu 9, oder wie? Oh Gott. Oh Gott, das sind 3 Treffer und der Trigger Trigger, das heißt, ich darf danach, wenn ich jetzt den Charge ausgebe, nochmal angreifen. Ja, du musst jetzt 3 verteidigen, geben wir mal das Hochhaus ein bisschen weg, um es leichter würfeln. Also, soll man deine jetzt da auf die Seite gehen? Nein, nein, passt schon. 3 Treffer. Warte mal, 3? Ja, es passt schon. Die Anwiffel kriege ich noch. Ja, ja, 9. Das ist schlimm. Oh. Boah. Okay, dann mache ich die zweite Attacke. Scheiße. Das war am Arsch. Aber du kriegst nur 8. Hast du jetzt einen weggelegt? Ja, hätte ich mich doch weggelegt. Boah. Oh mein Gott. Jetzt kriegst du eine rein. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott. Und einer zusätzlich. Neun. Ja. Das ist jetzt schlimm. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 8, 9. Neun schon. Kann ich schon mal die Tabelle aufmachen? Oh, mein Wurf war aber auch gar nicht zu übel. Schau mal. Ach komm. Upsi. Also 2. 4. Oh, komm. 2, 4, 6, 7. Und 2 kann ich nur mal würfeln. Oh, komm. But you, if you are destroyed, you may play an action card. Ja. Also wenn er zerstört wird, schlägt er nochmal zu. Ah, ich hätte vorher ein Gratis-Charge bekommen. Verdammt. Also einen noch abgewehrt. Also kriegst du einen Treffer. Juhu. Dann ziehe ich dir eine Karte. Ja. Ja. Okay. Von ihm. Von ihm. So, was darfst du nicht mehr machen? Weil Brace ist in Play. Okay. Brace hast du weg. Hast du 2 plus 2 Etic Roll. Uh. Cool. H plus 2 Amor. Ja. Aber was hat das Pirate hier vorne geheißen? Pirate ist drehen. Drehen. Okay. Dann habe ich es richtig. Aber da könnte man auch nicht angreifen, oder? Mit dieser Karte. Zeig mal. When Brace is in Play, you have plus 2 Armor. Brace remains face up and play until the end of the round. Das ist eigentlich nur eine Defense-Karte, sozusagen, oder? Ja, aber sie schützt dich. Also diese Karte wird dann zerstört, wenn für jeden Schaden, den du bekommst, wird diese Karte dann abgeworfen. Aha. Also du hast 2 Verteidigung. Und egal wie viel Schaden, du bekommst, sie schützt dich. Mhm. 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 Okay. Und ähm, Molten-Blood-Droll, a combat die, 1, a success. Ja, es ist eh auch Schaden. Achso. Zeig mal. Also der Zerstörungseffekt. Du würfelst deine Würfe und bei einem Erfolg. Kriegen nur einen Schaden, oder was? Alle Models, die mit Hakuja engaged sind, äh, kriegen einen Schaden. Also ich. Ah, du? Ja, das ich. Alle, die mit dir in Kampf verwickelt sind. Nix. Mann. Der ist so einer, wenn man ihn schlägt, dann schlägt er zurück. Ja. Dann bist du dran. Okay. Mhm. 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 Also mit ihm geht das jetzt mal ganz schnell. Mit er müsste das aufnehmen. Ja. Wieder tactical action. So, das tut man dann einfach so auf, oder? Ja. Also sie hat jetzt, äh, diese Karte gespielt. Natural Reflexes macht eine tactical action, hebt hier dieses Boot auf und, ja. Ja. Ich glaube, das ist irgendein Tanker, oder was? Ein LKW? Ja, ja. Ein LKW ist das ja. Ähm, und bei ihm habe ich jetzt, ah, tactical action. Du darfst dich auch bewegen vorher. Ja. Oder einen Nahkampfangriff machen. Nein, beweg mich nicht. Ich mach jetzt einfach mal einen Nahkampfangriff. Ja, wie viel hast du? Ja. Ich habe 6. 6. 3 plus 3, 6. Mhm. Das wäre nicht so schlimm. Nein. Geht so. Er ist eher so für die Defense zuständig. Ja. 4? 4. Muss ich 4 abwehren. Außer du machst noch irgendwas. Nein. Dann habe ich 3, 6. Nein. 3 Schaden. Und dann habe ich, nein, ich darf noch einen Würfel werfen. Plus 1 für Drift, Kompatibilität. Nix. Ach. Okay, dann kriege ich 3 Erfolge, das ist ein Schaden. Und ein Schaden. Ah. Okay, was hast du mir genommen? Oh, das Fly-Ni, das ist ziemlich cool. Der kann mich hinter den Gegner stellen. Nach dem Attackieren. Als Damage. So, eine Strafe dafür noch. Sebratina may move 2 Hexes in any direction. Then a juice it's facing. Hey, cool. Also, du hast mich getroffen. Jetzt darf ich 2 Hexes in irgendeine Richtung bewegen. Und dann darf ich noch die Richtung wählen. Das ist ja geil. Ach. Das mache ich. Ach, das passt jetzt gar nicht. Nein, du kommst nicht vorbei, da bist du. Das ist blöd. Das ist total blöd. Oh, ey. Ich kann nicht zurück, weil hier ist die Map, oder? Vielleicht geht es sich nicht aus. Ach. Ach. Also, ich stehe hier. Er gehört auf die andere Seite. Er ist dran mit dir, da müsste ich einmal so und einmal so. Ja, aber ich wollte hinter ihm stehen. Ach, das ist blöd. Sonst stehe ich wieder vor dir. Ach. Du stehst hier auch hinter mir. Ja, aber der geht mir am Sack. Wenn du eins rüber gehst, stehst du auch hinter mir. Und bist du in Sichtlinie. Mir bleibt eh keine andere Wahl. Eins. Ja. Außer du blockierst mich. Außer du blockierst mich komplett. Nein, ich blockiere dich ja nicht. So eine Sichtlinie kannst du blockieren. Nein. Wenn er davor steht. Ja, aber du bist ja eher. Ja, außer ich aktiviere vor dir. Ja. Die Chance ist hoch. So. Und dann darf ich mich in eine beliebige Richtung drehen. Und das passt so. Mach ich nicht. Dann ist die Runde fertig. Mhm. So. Die kommt auf die Hand. Ach so, jetzt müssen wir auswürfen wieder, oder? Ja. Jeder zwei Würfel. Und vier? Oder was? Oder fünf? Oder was müssen wir? Also wir sind jetzt in Runde vier. Äh, jetzt würfeln wir. Und bei vier Erfolgen ist das Spiel vorbei. Ja, ja, wir kommen dann in Runde fünf. Okay. Es geht weiter. Runde fünf. Ah. Ach so, nee, wir sind schon in Runde fünf. Vorher war es Runde vier. Ja, eben. Jetzt sind wir in Runde fünf gewesen. Ja. Dann sind wir jetzt in Runde sechs. Also ich denke mal, das dürfte, nächstes Mal kriegen wir wieder einen Würfel mehr. Das dürfte jetzt die letzte Runde sein. Weil jeder hat dann drei Würfel, ja. Bei vier Erfolgen ist es aus. So. Dann programmieren. Ja, welche Runde wird das erste Mal gewürfelt? Ab Runde vier, oder? Ja. Vier. Bei fünf haben wir dann zwei Würfel. Okay. Ab Runde sechs drei Würfel. Mhm. Ah ja, wieder aussuchen. Aussuchen. Hm. Ich bin sowieso vor dir dran. Mhm. Wo ist jetzt? Wo ist jetzt die Vorderseite? Von er? Da, wo der Name steht, da. Okay. Ich komme nicht dran an dem. Das ist so schlimm mit der Schablone. Das ist schwierig zu berechnen. Ja, es geht nicht. Schade, schade, schade. Ja, egal. Das ist eh von hinten. Also ich weiß, was ich mache. Okay. Mach mal. Ich hoffe, dass ich den jetzt noch töten kann. Bevor er das Gebäude zerstört, sonst sieht es nicht mehr gut aus für mich. Kannst du mir nochmal bitte erklären, was das jetzt mit der... Firetale Spikes. Das kostet einmal Kaiju Blue und ist eine Fernkampfattacke. Ja. Was heißt das? Accurate. Accurate heißt, du darfst dir nicht eine zufällige Karte ziehen, sondern die, die ich ausgespielt habe. Aber die ist dann nicht weg, oder? Also die ist dann... Die ist dann weg, als Schaden. Als Schaden, die du ausgespielt hast. Blöd wäre jetzt, wenn ich als Erster aktivieren würde, dann würfel dich nichts, dann machst du Accurate und triffst mich sogar mit Accurate und dann wird die Karte abgeworfen und ich kann mich nicht mehr aktivieren. Mhm. Und kann ich mit dieser Range Attack... Was ist denn die Range Attack? Das ist eine Melee Attack. Ranged Attack. Nein, mit Ranged Attack kannst du natürlich nicht den LKW benutzen. Den kannst du eigentlich... Na doch, du kannst eine Short Range Attack machen mit dem Objekt. Du kannst es werfen. Auf Short Range kannst du damit... Wenn du innerhalb der Schablone bist, kannst du eine Attacke damit machen. Okay. Die ist genauso stark wie... Ja, gibt dir plus drei Power. Ja, aber ich meine, eine Range Attack ist genauso stark wie normale. Okay. Und so, dann aufdecken. Mhm. Ich mache eine Range Attack, die mich ein Ammo kostet. Mhm. Und ich aktiviere zuerst, hoffentlich. Nein. Scheiße. Da bist du dran. Vielleicht würfelst du ja auch ein Blank. Du musst würfeln. Ah, ja, ich muss eben nur würfeln. Ja, du darfst beide aktivieren. Das ist jetzt... Gut, für mich? Ja. Also jetzt kann es sein, dass sich das Hochhaus zerstört, ne? Aber... Aber... Hätte ich als Erster aktivieren dürfen, hätte ich dich abballern können. In der Short Range? Du bist eigentlich in der Short Range, oder? Ja, dürfte sich ausgehen. Ja. Jetzt ist die Frage... Jetzt ist die Frage... Ich mache auch Short Range Attack. Ja. Okay. Dann kann ich mich da drehen, oder? Sicher. Ich meine, weil ich da das Hochhaus streife, aber das ist wurscht, oder? Ja, du drehst dich einfach auf der Stelle. Ja. Also du... Ach so. Genau. Streifst du es ja nicht. Du stehst nur dran. Okay. Jetzt bin ich... Und schaust du zum Hochhaus. Aber du bist da noch in meiner Vorderseite. Ja. Vorderseite und Rückseite bin ich. Was Vorderseite und Rückseite bist du? Da... Da ist... Da ist die Mitte des Models. Ja. Ja. Da wäre die Rückseite. Genau. Äh... Range Attack... Auf D mache ich diese Kacu Blue. Mit meinem Monster Truck. Wenn du attackst, wenn du eine Kacu 1-1-3-Gels rollst, dann attackst du. Diese Kacu ist eine Krate. Dann sind das mit sieben Würfeln. Und für die Ding drei Würfel, oder? Genau. Ja. Dann wirf ich das ab. Kommt das dann wieder... Das kommt weg, oder wie? Ja, ja. Das ist dann einmal benutzt und das ist dann auch der ist tot. Äh. Letztensweise dann zerstört. Das ist... Oh Gott. Vier Schaden. Nur vier? Ja, aber dein Ding ist weg. Sieben. Ja. Oh Gott. Die Frage übrigt sich. Ja, du darfst aber nochmal würfeln. Vielleicht hast du ja Glück. Das ist nichts. Also, wie viel hast du gemacht? Vier. Vier. Ja, jetzt verteidige ich einmal. Dann bekomme ich drei Schaden. Wäre ein Schaden. Ja, und jetzt eben einen hier raus, oder dich... Logisch nimmst du die. Ja. Ja. So, Plasma Leak, Lose One Charge. Das habe ich schon gemacht. Und jetzt darf ich nicht mehr aktivieren. Okay. Durch Accurate. Hättest du es nicht gehabt, hätte ich die Karte noch und du ziehst hier raus. Ja. Und jetzt darf er noch angreifen. Ja. Ähm. Okay. Ja. Also, da laufe ich hier. Eins. Zwei. Oh, jetzt laufe ich vorbei an dir. Na, das geht sich aus. Eins. Das passt schon, du stellst dich hier an. Einfach da. Zack. Es geht sich locker aus. Und dann würde ich mich gerne noch drehen. Ja. Ja, so stellst du dich dran. Okay. Genau. Vielleicht geht es ja noch eine Runde. Also, ich kann sieben Würfel hier finden. Vielleicht geht es ja noch eine Runde. Oh ja, ich mache nur drei. Ich mache nur drei Schaden. Und das könnte ich schaffen. Mit sieben. Wenn es noch eine Runde geht, schieße ich den noch ab, weil das Hochhaus steht ja noch. Drei habe ich abgewehrt. Drei waren es, oder? Ja. Dann ist die Runde vorbei. Ich kann nicht aktivieren. Und wir müssen schauen, ob das Spiel vorbei ist. Jetzt müssen wir auch vier schaffen, oder wie? Ja. Und das Spiel ist vorbei. Wir gehen in die Endwertung. So, Endwertung. Dann brauchen wir die Anleitung. Und zwar folgendes. Ich bekomme jetzt Punkte für Keitschuss. Also, ich gebe es als Würfel einfach mal. Also so. Keitschuss, die beschädigt sind. Du hast zwei beschädigte Keitschuss. Dann kriege ich zwei Punkte. Also, jeden einen Punkt habe ich zwei. Dann, Keitschuss Destroyed habe ich nichts. Intakte Buildings bekomme ich einen Siegpunkt. Das heißt, ich habe fünf. Zwei plus drei sind fünf. Und wenn alle intakt sind, dann bekomme ich drei zusätzlich. Also, acht. Acht. Merken wir uns. Acht. So, zwei, vier, sechs, sieben, acht. Als Stütze. So, dann habe ich noch eine Mission. Die sagt, ich bekomme Jäger's Call the Following Bonus Points. Zwei extra Punkte per Damaged Kaiju. Das heißt, ich bekomme nochmal vier. Das heißt, ich habe zwölf. Dann bist du dran, und zwar für jeden Jäger, der beschädigt worden ist, einen Siegpunkt. Für jeden zerstörten drei. Das heißt, du hast vier. Ja. Für jedes Gebäude, das du zerstört hast, drei Punkte. Ah, zwei Punkte. Also, keins. Alle Gebäude zerstört nochmal drei Punkte. Das heißt, jetzt hast du vier. Dann deckst du die Karte auf. Ja. Und one extra von Non-Leader Damaged. Das ist einer. Und two extra von Non-Leader Destroyer sind zwei. Dann bin ich auf sieben. Bist auf sieben, genau. Sieben gegen zwölf. Dann habe ich das Spiel gewonnen, obwohl ich in der Unterzahl war. Aber das ist eben genau das primäre Ziel. Zumindest im ersten Teil, ja. Der Kaiju ist ja, diese Hochhäuser zu stören. Das war jetzt auch das erste Spiel meiner Frau und sie ist auch nicht so der Tabletopper. Und ich habe auch riskant gespielt. Aber im Prinzip habe ich sie ja abgelenkt von deinem Vorhaben, weil du hast dich dann ein bisschen auf mich fixiert. Aber du willst ja eigentlich die Gebäude zerstören, damit du Punkte bekommst. Ja. Und auch wenn Gleichstand herrscht, habe ich trotzdem gewonnen, weil sie muss einfach nur mehr Punkte sammeln als ich. Und wenn sie da so ein Gebäude zerstört, dann verliere ich extrem viele Punkte, weil dann bekomme ich den Dreierbonus nicht, den Bonus fürs Gebäude nicht. Und da haben wir halt Glück gehabt, dass der zu blöd war. Dreimal sogar mit dem Boot muss er mich angreifen. Ich hätte es mit dem Boot auf das Gebäude hauen müssen. Ja. Ah, mit dem LKW. Ja, stimmt. Aber er hätte es auch nicht geschafft. Warum? Das waren ja nur vier Schaden. Glaube ich, oder? Mit dem Boot. Ah, mit dem LKW. Du hattest ja nur vier Schaden gemacht oder so bei mir. Du hast mich ja nicht getroffen. Ja, stimmt. Ja, bei den Gebäuden, da habe ich es immer, die kriege ich es nie weiter. Ja, also habe ich das Spiel gewonnen und das seht ihr schon, das ist schon lustig. Man denkt sich, man verliert. Nein, dem ist nicht so. Ich habe einfach nur die Stadt sozusagen verteidigt. Mhm. Ja, war schon ganz lustig. Ihr habt zwar nicht gesehen jetzt, wie das mit dem Deep Drift funktioniert, aber da könnt ihr euch meine Regelerklärung ansehen. Da seht ihr das, wie das funktioniert. Speziell bei Gypsy Danger ist der ziemlich cool oder wäre der cool gewesen. Werden einfach die Pilotenfähigkeiten nochmal aktiviert. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich hier mit dieser Schablone zu arbeiten, weil sie so groß ist, aber es funktioniert. Ja, zur Not muss man halt irgendwelche Models da entfernen und markieren. Dann könnt ihr das auch so machen. Zum Beispiel, ja, dann geht der mit der Schablone drüber und setzt das Modelbild da rein. So wird das dann funktionieren. Hilfreich ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel den hier angegriffen hätte mit einer Long Range, dann sieht man sich das Ganze mal an, ob der die Sichtlinie blockiert. Ja, und wenn ihr einen Laser habt, so einen Tabletop Laser, dann sieht man, okay, ich kann die Verbindung herstellen und dann würde ich ihn auch treffen. Anders wäre es, wenn der so stehen würde, dann wäre es auch knapp gewesen, wäre auch cool. So zum Beispiel, so hätte ich hier nicht mehr getroffen, weil er blockiert und von dieser Seite hier hätte es auch nicht funktioniert. Er hätte ihn auch schützen können. Ja, das war's mit dem Let's Play. Ja, wie hat es dir so gefallen? Ja, es war schon, also hat mir schon gut gefallen. Ja, also sie mag solche Spiele mit Miniaturen und Schablonen eigentlich nicht so, außer vielleicht X-Wing, das ist natürlich, X-Wing ist eine Ausnahme. Das Gute ist, dass es nicht so lange dauert, finde ich. Also solche Spiele, finde ich, dauern oft ewig, aber das hier dauert nicht so lange. Es ist auf irgendeine, es hat seine Art, die es lustig macht, ja, eben weil es nicht lange dauert, es ist wirklich schnell gespielt und trotzdem, irgendwie ist das witzig mit den Figuren da. Ja, also man hat auch wirklich das Gefühl, hier mit seinen Monstern zu kämpfen und ich finde, die schauen schon richtig cool aus. Ja, die Figuren sind schon top. Die sind voll schön. Okay, das war's mit dem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Austin Board Gamer und die Franziska. Ciao.